Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Assassin's Creed Liberation HD. Schön umgerannt. Besitzen wir das schon oder können wir es kaufen? Besitzen wir schon? Hoppala, hoppala. Möchte ich nicht, ich möchte das da. Und weiter geht's. Müssen wir da rauf oder wo müssen wir hin? Ah. So, was ist mit dem jetzt? Töten, nicht töten, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir zuerst unseren Fahndungslevel ein bisschen runterdrücken, falls das hier geht. Ja, ist zumindest von hier dann weg. Kann ich schaden. Hallo Hund. Hallo Hund. Und so, ich habe ihn und das sollte eigentlich reichen, den Anwerber finden. Das müsste doch der sein oder nicht? Oh. Och! Chatset? Oh! Oh yeah! Oh ja, knees! Oh? Oh ja! Oh ja, knees! Oh ja. Oh ja, knees! Oh ja, knees! Oh ja, knees! Oh ja! Oh ja, viel OVER! Oh ja! Oh ja,YO, das passt! Oh ja, oh ja, tamten! Oh ja, ich mache den Mund. Oh ja. So, die zwei müssen wir hier loswerden. Oh, nicht nur die zwei, so wie es aussieht. Oh, scheiße, die werden gleich schießen. So. So, die mal weg hier. Oh, das leckt so derbe gerade wieder. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Oh, das ist lecky heute wieder. Ach, ich hasse diese leckere In-Games. So, ich soll den finden. Ja, das ist gut und schön. Hier sind die irgendwie nur wachen. Der hat aber ordentlich gekriegt. Kann man schon durchsuchen. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Freiheit, was meine Bewegung angeht. So, wir haben ihn. Na endlich. Ach, ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön hierbleiben, dass ich in Deckung bin, Leute Hoppala, hoppala, das wollte ich nicht Ah, jetzt habe ich mich verdrückt Ah, jetzt habe ich den Mitarbeiter Scheiße, ich dachte Markieren mit Kuhn, so wie im Black Flag, Scheiße Na, aber kann mal passieren Oh, oh, oh Ach, sagt los So, ich würde sagen, da oben sind wir sicher und können den weiter Leck folgen Ich sage immer Leck folgen, weil es hier leckt wie sonst was Derbe Wirklich derbe Sehen die mich? Das ist ja blöd Ne, 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 da sollst du nicht drauf Komm, verhalt dich friedlich So, wo ist der Typ? Muss ich mal kurz ins Sichtfeld kriegen Dann passt es Da ist er Mann, sind die lästig da hinten Wie können die mich sehen, wenn ich hier mich verberge? Egal, wir verfolgen den jetzt Sollen rumschießen, wie sie wollen Das stört mich überhaupt nicht Ich verfolge den jetzt gemütlich Wo auch immer er ist Nämlich hier Und geschäft die Verfolgung Oh, scheiße Ich muss den in die Fresse polieren, glaube ich So, ich muss dem nach da Der glaubt, der kann uns entkommen Kann aber nicht Weg da, Leute Ja, was gibt's denn da zu schreien? Oh, der ist verdammt schnell Der ist verdammt schnell Nebenbei können wir diesen Hoppala Diesen Brief hier ab Können wir nicht Ich wollte das abreißen Wegen Bekanntheitsgrad Aber das geht nicht Gut, dann müssen wir da rein Vor der Nase die Tür zu Sehr freundlich Müssen wir irgendwie anders reinkommen Da ist Sperrgebiet Hier, komm mal rein Nehmen wir eine Kiste Ich glaube, dann lassen sie uns rein Weg da Sie schauen zwar blöd Aber sie lassen uns rein So, eine Wache weniger Gehen wir nach oben am besten Da hat man immer die beste Übersicht Oben siehst du am meisten Wir müssen Was müssen wir eigentlich tun? Den finden, oder wie? Wir sind haufenweise Wachen Wäre nicht so klug Sich mit denen anzulegen Wir gehen jetzt da rüber Da sind auch noch welche Hier können wir schön rüber gehen Jawohl Ich bin eigentlich auf dieses Haus Hier rauf Genau So, wie sieht es jetzt aus hier? Wo müssen wir hin? Was ist unser Auftrag? Ah, da leuchtet es Die falsche Taste Wieder gedrückt Wir machen wieder mal einen Cut Wenn es euch gefallen hat Abonniert mich Liked mich Schreibt einen Kommentar Ich würde mich wirklich drüber freuen Bis zum nächsten Mal Euer Zocker Andi Let's Play Tschüss Tschüss